Ja, wir sind immer noch auf dem Dach. Willkommen zurück. Danke für die tollen Kommentare und die Daumen nach oben und so weiter. Wir wollen ja hier weiter unsere Mission machen und wir haben noch etwas vor uns. Doga, bis jetzt sieht es so aus, dass wir im Verhältnis zum letzten Mal relativ gut und geschmeidig lautlos hier agieren. Ja, wir nähern uns zumindest langsam. Wir nähern uns. Also hier ist es jetzt so, wir haben jetzt hier drei Lords. Unter uns steht nämlich einer. Aber die stehen jetzt im Haus. Kann das sein? Zwei sind ganz unten im Keller und der hier rechts von dir, der steht hier auf der Straße. Rechts von dir? Das wäre ja auf der Seite hier. Ja, genau. Da unten ist er. Moment, muss ich selber sehen? Die sehen jetzt alle rot aus. Das Problem ist, wer ist... Aber die anderen beiden, die links von dir jetzt sind, die sind einen Stockwerk tiefer. Ah ja, aber der hier... Da, wo die Kisse ist. Der könnte doch eigentlich meiner sein. Genau. Der kriegt jetzt mal eine richtige schöne Kopf. Hast du doch noch. Ja, einen habe ich. Na, nochmal nachladen. Oh, nee. Ich habe keinen mehr. Nee, dann spring doch einfach. Ach so. Oh, jetzt hat er geschossen. Scheiße. Aber jetzt können wir doch springen, oder? Also, ich habe meinen. Ja. Ja, mehr braucht man ja auch nicht. Da ist noch einer im Haus. Ja. Der ist noch nie dieselbe Etage. Also, wenn du willst, kannst du auch gerne mal runterspringen. Aber rechts sind auch noch... Da kommen welche... Oder da hinten stehen welche. Wie, wo war's? Ja, 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 ja. Hier ein bisschen... Kommen die her? Die kommen ein bisschen näher. Nee, die gehen... Die gehen weg. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt hier rein? Ins Gartenhaus. Gibt's hier... Gibt's wahrscheinlich wieder nicht. Machen wir nochmal Dings an. Hier musst du noch eine dritte Person irgendwo sein. Da hinten kommt er nämlich. Oh, John hat eben verloren. Das ist schon nicht sein Problem, weil unsere Belohnung bleibt ja erst einmal. Die sind hier im Keller. Da kommt noch ein dritter im Keller. Genau. Kellerkinder. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Eigentlich können wir ja mal ins Haus gehen, oder? Nee. Wo ist der denn hergekommen? Hier sind auch schon... Oh, da vorne sind ja drei Stück. Drei richtige Lords. Ich mein, die können wir ja auch ganz gemütlich mal rausnehmen. Einer... Mit einer Rauchbombe könnte ich denn schmeißen, wenn sie gleich die nächste Runde vorbeikommen. So, jetzt gehen sie ja irgendwo hin. Jetzt marschieren wir die einfach hinterher, oder? Ja, und ich könnte eine Rauchbombe und dann können wir sie ganz schnell ergeben. Also dann, komm. Dann musst du jetzt aber auch Gas geben. Was machst du? Zielen, das ist das Problem. Was machst du? Wir gehen weiter. Doggy, was ist jetzt los? Das sieht nicht gut aus. Dann steckst du wieder ein hier, bevor du hier den Quatsch machst. Boah, Dings macht. Was machst du? Wir müssen... Ich mach noch gar nichts. Der Grüne kommt auch. Na los, wirft doch mal das Ding hin. Wo sind die die Lords? Naja, wenn sie jetzt gleich kommen. Mach mal keine Panik hier. Von wo kommen denn die? Der Grüne arbeitet schon mit denen ab. Ah ja, okay. Siehst du sie? Ja, ja. Jetzt kommen sie gleich hinter der Holzwand. Und dann nehme ich mir die ersten raus. Weil die dürften mich jetzt... Sie sind noch nicht. Jetzt kommen sie. Das sind drei Flaschen. Ein sogenannter Flaschenzug. Jetzt, schmeiß ich. Ja. Schnee, 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 schnee. Zwei hab ich. Oh, das war... Das war ja... Ich sag mal, das war... Oh, dreifache Sync. Das gab Greto. Wie, mein Gatebeutel ist voll. Was ist denn da los? 25.000, oder? Hier steht da, Gatebeutel ist voll. Gibt's denn sowas? Gatebeutel kann nie voll genug sein. Ja, wie sollst du sonst 125.000 zusammenkriegen? Für eine Waffe. Das war wahrscheinlich irgendwie in... In Versehen, oder? So, da ist der Grüne. Der Johnny ist auch wieder da. Wir machen jetzt bitte weiter. Machen wir nochmal an. Unser, unser... So, da vorne laufen zwei rum. Sie kommen doch so langsam uns Richtung Innenhofwagen, oder? Die Frage ist... Achso, da stehen wir links. Der ist ja nicht... Oh, halt, auf dem Dach ist auch einer. Wo? Na hier, genau gegenüber. Wenn du hier so rüber schaust... Achso. Ja, okay. Was hat denn der hier? Hat er sein T-Shirt vergessen, oder was, der Dicke? Haben sie die Lords ausgezogen, oder was? Doki, wir stehen wieder zu viel zu sehr. Wir müssen jetzt... Wir müssen weiter. Ja, ähm... Haben wir denn hier schon alles? Und da hinten ist noch einer? Na, okay, dann... Müssen wir halt mal ein bisschen was machen. Von hinten jetzt den einschützen könnten wir. Ich hab leider keine Klingen mehr. Das ist ein... So, wir können auch hier übers... Fenster gehen. Kommt jetzt hier zum Fenster. Und wenn er wieder weggeht... Freunde, wir müssen... Der eine ist hinter der Tür. Guck mal, jetzt guckt er hier raus. Und wenn er weggeht, gehe ich oben rein und mache ihn platt. Das war jetzt... Der eine hängt doch hier schön an der Türe. Genau. Den kannst du doch... Aber wenn du den... Den kannst du uns... Gegenüber ist ja noch der eine. Oder? Der sieht mich bestimmt... Irgendwo... So. Ich muss das jetzt anders machen. Warum sehe ich den gegenüber nicht? Also ich sehe ihn zwar... Ähm... Von hier aus. Scharfschütze wäre jetzt ganz gut. Noch richtig voll. Ich weiß nicht. Die Tür unten, ob... Ob man die öffnen kann. Dann kannst du ihn so raus... Von hinten... Wegziehen. Ich höre immer von hinten. Ich höre es ja nun mal von hinten. Jaja. Ich komme ja nur ins Haus nicht rein. Ah doch. Nee, die muss ja von der Seite, wo ich... Nee, nee, nee. Hier ist doch alles. Alles easy. Mach dich mal locker. Ich habe nämlich hier eine Haustür. Genau. Die mache ich jetzt auf... Und ziehe ihn dann einfach rein. Ich muss aber erst mal... Äh... Sie öffnen können. Schloss knacken, ne? Das mache ich jetzt ein, zweimal. Genau. Das ist bloß ein zweier Schloss. Das heißt, ich kann ein bisschen dauern. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Oh, Mann. Wir könnten ihn auch um die Ecke lassen, indem wir hier diese Kirschbombe ziehen. Nee, das wird nix. Ich drücke immer zum falschen Zeitpunkt. Dafür immer gleich. Eins habe ich. Nein, zu früh. Neun Versuche habe ich noch. Was macht ihr hier? Oh, das war knapp. Hoffentlich lohnt sich der ganze Spaß jetzt. Hat geklappt. Achtung, die Tür geht auf. Okay. Jetzt Kirschbombe. Ja, mach mal. Kann ich ihn reinlocken. Ja, mach mal. Moment. Muss ich erst mal auswählen. Einfach auf die Türschwelle legen. Dann nehme ich ihn schön raus. Na, komm rein. Boah, der pennt. Na, jetzt... Oder, jetzt... Jetzt ist er wach. Warte, ich schmeiß gleich nochmal. Komm. Jetzt. Ja, ja, ja. Jetzt hat er es gesehen. Das sieht klasse aus. Komm ein Stück ran. Komm. Komm. Na. Was liegt er denn jetzt? Das ist eine Schlafmütze. Jetzt geht er. Jetzt schwimmt er. Jetzt zuckt er wieder. Mensch, Maier. Ich meine, ich könnte jetzt hier eine Rauchbombe reinwerfen. Ne, der muss doch jetzt kommen. Lass mich mal kurz blicken. Und geh wieder zurück. Na, so eine Soilette stehen lassen. Und dann wieder zurückgehen. Und dann nehmen wir ihn schön weg. Doki, das funktioniert. Was ist los jetzt? Will ich ihn einfach erschießen? Ja, ich glaube, das wird recht laut. Ich meine, das kannst du mal... Ne, du musst ein Stück zur Türschwelle raus und wieder rein. Jetzt. Musst du dich doch sehen. Das ist ein Blindfisch. Ich nehme ihn jetzt. Jetzt. Und rein hier. So. Okay. Haben wir ganz schön lange gebraucht. Gefühlt 20 Stifte. Also, äh, Dietrich hier meine ich. So. Können wir jetzt hier... Wenn ich hier rausgehe, wäre ich auch gegenüber gesehen. Sag mal, das wird ja immer voller, habe ich jetzt den Eindruck. Wie haben wir das... Das ist ja unfassbar. Macht eigentlich da Johnny mit oder ist das mehr so ein... Ja, der macht sein Ding und wir machen unser. Alles klar. Ja, das fühlt sich gut an. Wie sieht's denn hier rechts aus? Wir könnten hier nach rechts noch weitergehen. Den Kreis enger ziehen, sozusagen. Ja, dann komm. Beweg dich mal. Entschuldigung. Nein, kein Problem. Oh, Johnny hat, glaube ich, äh... Nee. Ich hab die Frau angerimpelt. So, hier. Warte mal. Das ist einer. Ja, den nehme ich. Den kannst du rausnehmen. Den nehme ich jetzt mal ganz glücklich raus. Oh, rechts ist auch noch einer. Schnell, 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 weg. Ja, ich bin weg. Okay. Oh, hier ist alles vor. Hast du ihn? Nee. Er kommt ja zu dir. Oh, Mann. Jetzt kletter ich den. Ja. Man muss alles... Weg, 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 weg. Wir haben eigentlich nichts zu suchen. Vielleicht können wir uns den mal hier ein bisschen wegmachen. Oh. Er klettert immer darauf, wo er nicht hin soll. Nee, also wir müssen ja mal langsam mal hier ins Innere gehen, weil wir gehen ja draußen in den Park spazieren. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Wir müssen ja langsam hier rein, oder? Ja gut, aber wir müssen ja erstmal den Außenkreis erledigen. Mhm. Woher kommen wir nicht denn jetzt schon wieder? Wie sieht uns denn der Scharfschütze von oben? Nee, der guckt eben kurz auf den Plan. Also, ach, da ist ja... Guck mal, da sind zwei. Oben in den Dächern. Nee, ich seh das nicht, wenn du das nicht... Jetzt kommt einer zu uns. Dich hat er gesehen. Und? Kommt jemand? Mach nochmal an. Die anderen sind schon unten. Und einer ist rechts. Aber die Scharfschützen oben sind natürlich problematisch. Wir sollten hier auch erstmal aufs Haus gehen. Okay. Dann haben wir einen besseren Überblick. Gut, dann gehen wir mal aufs Haus. Weil da haben wir einen besseren Überblick. Ich geh mal ein Stück weit höher. Was hab ich hier? Was war das denn? Was? Missionsupdate. Das ist nicht, wonach sie suchen. Probieren sie es weiter. Ach, er hat schon eine Kiste geöffnet. Das ist ja die da mitten auf dem Platz. Das ist es ja. Okay. Doki, wo bist du? Über mir? Aufs Dach, ja. Gut, dann komme ich jetzt auch aufs Dach. Okay. Oder auch nicht. Ich springe erstmal wieder schön runter. Mann, Mann, Mann. Freunde, jetzt müssen wir mal langsam mal gucken. Irgendwie werde ich langsam nervös hier. Das ist schon ein Geduldsspiel. Jetzt mache mal das Ding nochmal... Oh, hier ist ja... Ja, siehst du? Da ist alles da noch drin. Ach, du bist da. Aber weißt du was? Entweder gehen wir jetzt zum Grün. Ne, wir gehen über die Leinen hier. Über die Seile. Ja. Das sollte uns eigentlich... Wann sie, wir werden nicht gesehen? Das glaube ich nicht. Ich gehe jetzt mal rüber und probiere mein Bestes. Okay? Okay. Weil dafür sind wir ja Assassine. Habt ihr mich immer noch gesehen? Ne, anscheinend noch nicht. Aber Achtung, äh... Ne, wo hängst du jetzt? Der eine Scharfschütze ist noch auf der einen Seite. Hier ist auch ein Scharfschütze. Ja. Ich dachte, das machst du gleich, wenn der andere wegguckt. Jetzt kann es sein. Hast du? Ja. Ja. Du kämpfst. Aber ich habe ihn. Und ich habe ihn mundtot gemacht. Achtung, gegenüber ein bisschen tiefer ist ja der andere Scharfschütze. Ja, das ist richtig, aber... Er kommt jetzt zu deiner Seite. Das sollte mich aber hier oben nicht sehen. Okay. Und jetzt bin ich wieder da. Johnny ist draußen. Und ich anscheinend auch. Ja. Kingston hat die Gruppe verlassen. Ich bin mit Johnny in... Alleine. Aber vielleicht kann ich ja... Vielleicht komme ich ja automatisch wieder mit dazu. Das wäre natürlich... ...ne super Sache. Könnte es ja nochmal dann auch suchen gehen für diese allerdings. Genau. Ich bin auch... Ähm... Ich gehe gerade hin und her. Schade, weil ich hatte ja einen recht guten Lauf gehabt. Ja. Das hat... ...deir gut ausgesehen. Doki hat die Mission verlassen. Sie wird noch zur Gruppe und der Mission geworfen. Das ist halt immer noch... ...und da bleibe ich dabei. Warum werde ich gesehen und du nicht? Äh... Ja, weil ich gar nicht mehr da bin. Ne? Das ist halt... Ja, aber ich bin ja nur derselben Weg gegangen wie du auch. Jetzt probiere ich mal Folgendes. Ich versuche mal... Mal gucken, ob bald bei dir was ankam. Versteck dich mal und gucke mal, ob bei dir was ankam. Vielleicht kann ich ja mich noch irgendwie wieder mit einklinken, ne? Doki. Ja, ich habe es angenommen. Doka, ist der Gruppe auf jeden Fall mal beigetreten? Das klappt. So. Jetzt sind wir noch nicht mehr in... ...in dem Spiel drin. Ne, ne, ne. Jetzt warte mal. Erstmal... Bleib mal ruhig. Aber du bist auch draußen? Ja. Ich bin jetzt mal hier auf der Karte. Ist ja geil. Ich hätte dich vielleicht einladen. Ja, wir sind so richtige Experten. Und dafür dürft ihr gerne auch einen Daumen nach unten machen. Ja. Weil das haben wir uns mal so richtig verdient. Ja, ob wir oder das Spiel. Ja gut, das ist das Spiel in erster Linie, aber wir haben es ja nicht besser gemacht. Aber starte doch nochmal und mal gucken, ob wir vielleicht joinen werden ja zu dem. Der ist ja jetzt alleine. Ja, dann starte mal da, weil du kannst das ja mal machen. Ich? Ja. Weißt du, wie das geht? Nö. Warum nicht? Weil ich doch gar nicht der Kingston, äh... Machst du mit hier, weil ich habe jetzt hier massive Probleme. Ja. Ach du, wo steht es da hinten schon ab? So. Schön einweg geklatscht. Okay. Die kämpfen sich ja noch. Ich hau mal aus. Hast du noch Hilfe? Nö. Jetzt nicht mehr. Ich habe gerade nur... Käst mir ja noch. Das ganze Haupt hinter mir. Geh aus dem Weg. Ich kann natürlich wieder... Eingehen. Oh, wer schießt denn hier? So, ich bin schon verschwunden und schon gibt es wieder Credo-Punkte. Ich brauche mal hier so einen Heuhaufen oder so einen Dixi-Klo. Ein Dixi-Klo. Ich halte mir den Dixi. Mach mir den Dixi. So. Servus miteinander. Also, ich bin untergetaucht. Das war ja auch wichtig. Wollen wir auch mal machen. Jetzt machen wir mal zum Abschluss. Probiere ich das jetzt einfach mal aus. Ja. Ich gehe jetzt hier auf die Karte. Sage. Schmuggler-Paradies. Und zwar. Öffentlich. Und vielleicht kommen wir noch zum Johnny mit rein. Vielleicht hat... Aber ich denke mal, er wird jetzt aufgegeben. Das startet in Kürze. Das ging ja recht schnell. Wenn wir Glück haben, kommen wir da wieder rein. Wenn wir jetzt in der Vierertruppe sind, dann metzeln wir das einfach nieder. Weil... Ich brauche das Geld. Freunde. Und ich wollte mir eigentlich einen richtigen, schönen... ...Pleger holen. Ganzen. Ja. Muss man mal gucken, was sich ergibt. So. Sieht neu aus. Das sieht neu aus, weil jetzt scheint die Sonne und es regnet. Scheint die Sonne und es regnet? Ja. Oh, ich drück doch eh. Also bei mir ist das... 2 von 3 aber wieder. Vielleicht hat der ja auch nochmal angefangen. Entschuldigt bitte. Ich muss was trinken. Nee, der Kulkitzki. Kulkitzki ist hier. Ähm. Ja, wollen wir das jetzt nochmal machen, Doga? Oder wollen wir das in der nächsten Sendung? Machen wir in der nächsten Sendung. Alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.